3 regt mich nicht auf spiel regt mich nicht auf ich wünsche es ist echt sau mir höchern gegen die wand ja schwein abmachen soll was was NEIN MARIO du Arschgeige ey du scheiß Wind oh knapp das hab ich grad nicht aufgepasst ja so ich wette durch den Pilz fallen jetzt viel schneller die Platzform runter oh knapp nein du bist so verfickt aber ey ich hatte Pilz wow das war wieder so perfekt wuhu und äh Wasserlevel low ja 6 6 mal Feuerwerk mit 2 Leben das muss ich behalten weil ich behindert bin ich bin nicht behindert ich bin nicht behindert ich habe nur besondere Bedürfnisse na natürlich bin ich nicht behindert wow 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 ja immer einfach oben bleiben fast im oben sein ist man fast unsterblich also da hat man schon na gut hier kann man schlecht oben sein alter wow jetzt muss ich unten bleiben alter was ruckelt denn hier so so wie ich hier durchgelackt bin ey wie ich mich hier durchgespielt hab so ich glaub jetzt sprich hab ich endlich ein bisschen mehr Skill das ist auch gut so das soll auch so bleiben oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ja ich glaub dieser Glitch ist immer noch nicht das hat nein nein wow huh wie heißt du Schildkröte egal dein Name ist unwichtig nein deine Tat war unwichtig du scheiß Fisch bei den schweren Level kack ich nicht aber bei den einfachen Level wow knapp kack ich ab ey wow so ich speech run mal durch du bist so behindert ey jetzt kriegst du keine Medaille mehr man man Güte ey so dreimal ist einmal zu viel ich bin wenn du wot 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 Nein, ich hab's nicht mal erwischt dumm Stück Scheiße Mach ich, lass mich einfach mal tragen, nicht komm mal traurig Das wie Scheiße, find eh eh einmal blitter stärker, einmal langsamer Was macht die keine... Oh, man, die sind immer hier Aber wenigstens hab ich schon drei Leben, drei Leben, drei Leben Ich muss mir jetzt mal angewöhnen, mir eine Uhr zu nehmen und aufzuschreiben Oder zu merken, wenn ich aufgenommen hab Aber naja Aber ich gebe nicht auf, und geworfen Ohnoo, hohoho, nein, hoch, hoch, runter 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 Oh Ich kann mich schon auf den Stein runterziehen! Das ist da wieder unlogisch ey Mann Mann Alter Scheiß Fischer, ey. Ich habe schon mal keine Ahnung, ob ich da dabei habe. Nein, du bist... das... Lauf mal hier, man. So fit bist du und ich... Na doch. Wuhu, ey, das ist ja mal können hier, das ist ja mal Skill hier. Mit drei Leben und sechs, drei und... Ey, ich kack das ab, sonst ist es aber voll. Naja, du wirst schon was. Wow, Alter. Fisch, oh Alter, Fisch, du... Was, ich stand auf dem Fisch drauf und kill den nicht, was ist denn das für Scheiße? Und wenn ich unter dem Fisch bin und ich springe, dann ist er tot, was ist denn das für Scheiße? Jetzt reicht's mir jetzt. Rush to rush. Na gut, hier... Wow, 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 knapp. Wow, das war jetzt richtig geil hier, knapp. So, ich will mir Pils. Scheiß auf... Erstmal, wow. Erstmal scheiß auf durch rushen. Wow. Nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Immer in diesen scheiß verkackten Sprung. Wer soll denn das wissen? Ey, das ist jetzt unfair. Dann machst du Safe State, ey. Das ist jetzt richtig unfair. Ihr Zuschauer können das ja wissen, aber der arme Demi sei doch nicht. Mein Gehirn ist zu klein. Okay, hier. Ähm. So. Entschuldigung, Safe State benutzt, aber... Gut. Der Dias ging auch ohne Safe State. Na aber, das war jetzt aber auch noch vorsichtig. Aber bei Castle, da würde ich mal Safe State benutzen. Weil das ist ein bisschen scheiße. Weil ich kein Safe State benutzen. Aber für Blind, äh... 1, 2 Safe Tests ist das ja schon normal. Nein! Zählt nur nicht. Das war jetzt, äh... Ich muss erst mal analysieren und dann Mario ist auch einmal losgegangen. Aha. Nein! Nein! Oh! Genau, er kann einfach mal über Lava rennen. Das ist ja schon mal wieder so logisch. Nein! Was ist das? Warum immer die Scheiße? Wir... Wie können... Wie viel können nicht... Nein! Schon wieder falsch! Was sollen die Scheiße? What? Was? Fick dich, Fick dich, Fick dich! Fick dich! Fick dich! Schon wieder falsch! Oh Leute! Oh, ich... Leute, bitte! Ich guck jetzt noch mal nach. Oh, hallo Leute! So, ich hab jetzt... ...mich nachgeforscht. Ähm... Wie dieses... Oh, verkackte Lava geht. Fick dich! Nein! Nein! Gut! So... Aber ich hab nicht so viel vom Lava gesehen. Also, es kann auch sein, dass ich hier... ...was noch nicht weiß. Ich hab hier nur... Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, die binant! Niin, die behindert ey, leut. Was ist denn das? Nein, 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 nein! Oh... Leute, wartet mal kurz. Ich weiß nicht, ob das hier... Ich geh mal unten lang. wurde die flesh種... Ja, ich bin richtig, Leute, ich... Ich save mal ab, ich save ab. Oh, knapp! Bowser, du fettes Vieh! Ich hieß mich! LOL! Wie soll denn der mich bitte schön in der Luft erwischt haben? Wie logisch, Nintendo! Wie logisch! Ist ja wieder klar, dass es von euch kommt! Ja, was ist das?! Mhhh! 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 Sinds Ende, ich hasse euch wie die Ölpest! Oh nein, du viertel Stück Scheiße, wieso bist du nicht hier übersprungen? Nein! Also was wäre ich jetzt ohne diesen... ohne diesen Safe-State-Date? Leute, ey echt, das ist... ich will jetzt nicht nochmal wiederholen, dass in Welt 3 geschehen ist. In Welt 3 habe ich... Vier oder drei Videos gebraucht! Vier oder fünf Videos gebraucht, um mich diese Welt schaffen. Das muss ich nicht nochmal wiederholen. Hey, hey, wir haben das Welt gesch... äh, die Welt geschafft! Ha, ha, ha! Wie geil war das denn? Ah, wieder mal mit allen Leben! Oh, scheiße, nicht geschafft! Na gut, Leute! Das war's für heute und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Part oder... wann auch immer, weil ich auch wieder Zeit hab. Vielleicht würdet ihr auch dann wieder so später Schilds sehen und so. Oder ein Jahr später. Na ja, wir werden es sehen. Naja, bis dann, Leute! Ciao! Oh!